Die Ski-Season in Engelberg ist sehr lang. Es beginnt im Mitte Oktober und es endet im Mai. Hallo, wie geht's dir? Guten Tag, wieder einmal zu sehen. Du bist schon wieder hier. Fast selten bei dir. Ja, ich habe nicht ganz so viele Tage wie du. Du hast ja gleich mehr als ich. Ich gebe mir alle Mühe, du bist dafür schneller als ich. Ja, du geniessest es ein bisschen mehr, oder? Ja, du wirst es dir auch noch ein bisschen gepiessen. Wenn wir uns zusammen fahren. Ja, klar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020